Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Werkstattvideo. Eine der häufigsten Aufgaben beim Fräsen ist es, verschiedene Seiten eines Werkstücks rechtwinklig zueinander zu fertigen. Ich habe hier das räudigste Stück Alu genommen, das ich gefunden habe. Und da werden wir jetzt alle Seiten mal rechtwinklig zueinander fertigen. Und in meiner Lehrzeit hat man mir da Methoden beigebracht, bei denen man erst eine Seite fräst und dann auf eine gewisse Art und Weise dieses Bauteil dreht und somit immer weitere Flächen rechtwinklig fräst. Auf YouTube habe ich dann abgefahrene Methoden gesehen, die ich nicht so befürworte. Da wurde dann, wenn es extrem schräge Flächen waren, irgendein Rundmaterial in den Backen noch mit eingelegt, um das irgendwie ausgleichen zu können. Und meiner Meinung nach ist das nicht nötig. Ich zeige euch heute meine Methode, die ich am gernsten mache. Die hat ihre Einschränkung, es funktioniert nicht immer. Aber in den meisten Bauteilen bis zu dieser Größe funktioniert das prima. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen eigentlich nur einen Schaftfräser. Der Messerkopf ist optional, um ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzukriegen. Und verschiedene Parallelunterlagen. Die Idee ist folgende. Ich spanne dieses Werkstück über die zwei besten Seiten ein, also die am parallelsten zueinander sind. Und fräse dann die erste Seite plan. Und in der gleichen Ausspannung gehe ich dann mit meinem Schaftfräser im Umfang ein paar Zehntel ins Material rein. Und erzeuge damit schon mal fünf Flächen, die zueinander senkrecht sind. Eben so rechtwinklig, wie es auf der Maschine überhaupt nur geht. Dann gehe ich auf die Parallelunterlage und spanne über meine jetzt gefrästen Flächen und fertige dann die zweite Seite. Jetzt habe ich vier Seitenflächen und schon zwei Flächen, die parallel sind. Anschließend spanne ich jetzt über die beiden gefrästen Flächen und lege die umfanggefrästen Flächen auf die Parallelunterlage. Damit kann ich jetzt die restlichen vier Seiten fräsen und bekomme so ein Klotz mit sechs rechtwinkligen Seiten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige, wie ich das meine. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.